Das ist der andere, der mit dem Kaffee, ne? Das ist die Kaffee, der mit dem Kaffee, oder? Das ist die Schwester, die hat dann so drei Hände. Ich denke, er ist immer alleine, das alte Männchen ist. Da ist noch ein bisschen was am Knochen, ein bisschen was wieder an. Ja, 21 ist ein Jahr alt. Der andere ist ein Tier. Ich weiß nicht, der hat einen anderen Tier auch schmeckt. Das ist nicht so, dass sie nicht alleine fressen können, wenn der andere. Das ist wahrscheinlich ein Tier. Aber der andere müsste doch in der Eltern, das ist doch ein sehr altes Tier, wenn ich so eine alte Männchen machen kann. Wie wäre? Ein Tier ein bisschen mehr. Aber ich kriege kein Budget. Ich bin jetzt noch ein Zuchsteg, den Künstler. Und der mitunternehmen? Das ist nülla. Warum hat er denn nochmal zu? Das ist nülla. Ja, das ist nülla. 20 Jahre alt. Guck mal da! Das ist ein Kratzige. Das ist ein Kratzige.